Habt ihr ein Wohnmobil oder ein Caravan, ein älteres Modell, wo das Dach nicht mehr ganz dicht ist? Heute zeige ich euch, wie man ganz schnell sowas abdichten kann und das auch noch relativ kostengünstig. Als erstes benötigen wir erstmal einen sauberen Untergrund. Diese Glasfaserdächer, die hier aus Epoxidharz und Glasfasermatten hergestellt werden, die sind ja absolut dicht. Das funktioniert auch ganz gut. Aber das Problem sind immer die Stöße. Es ist ja hier in den Aluminiumprofil, wird da reingefahren und es wird verklebt. Und die sind natürlich im Postauto nicht ganz so sauber oder dicht, wie sie bei einem geschlossenen Fahrzeug eigentlich sein sollten. Wir hier in unserem Fall haben von dem Vorgänger ja ein Dach vorgefunden, was schon mal beschichtet wurde. Sie haben den Untergrund meines Erachtens nicht richtig angeschliffen und nicht richtig gesäubert und haben dann ohne Grundierung da einfach drüber gearbeitet. Ich habe jetzt das Problem, dass hier alles los ist. Es ist alles los. Ich muss gucken, dass ich das jetzt alles wirklich sauber abschleife, was los ist. Was fest ist, darf dranbleiben. Aber was sich gelöst hat und nur eine Blase drunter ist, das muss ich alles penibel und sauber wegschleifen. Warum? Weil wenn da jetzt ein bisschen Feuchtigkeit unter so einer Blase drunter ist, dann wird die natürlich dann im späteren Verlauf, wenn ich meine Deckschicht drauf habe, ist die eingeschlossen. Und die würde dann auch so ein bisschen ausgasen zu versuchen und es würde also Blasen geben. Bei diesen Glasfaserdächern müsst ihr natürlich aufpassen. Wenn ihr dann mit so einem Spachtel hier arbeitet und da drunter fährt, dann hat man ganz schnell eine Macke da drin. Das Ding ist ja bloß 1-2 Millimeter stark und da kann man ganz schnell eine Macke reinhauen. Deswegen immer ganz vorsichtig und auch nicht mit einer Flex das abschleifen, sondern immer mit einem Exzenterschleifer. So, geschliffen haben wir. Geschliffen habe ich mit einem Exzenterschleifer. Wichtig, nicht eine Flex nehmen oder sowas. So ein rotierender Schleifer würde zu schnell durchhauen. Vor allen Dingen habe ich jetzt hier eine Körnung von 40 genommen. Und das ist schon ordentlich. Da geht richtig was weg. Brauchte ich aber auch. Ich habe vorher mit 60 geschliffen. Da hat sich das schwer gelöst, aber mit 40 habe ich das ganz gut runtergekriegt. Danach ist es wichtig, entstauben, abfegen oder abblasen. Man kann es auch feucht wischen, aber dann muss es natürlich wieder trocknen, bevor man weitermachen kann. Ringsrum habe ich mit Goldband abgeklebt, damit ich einen sauberen Abschluss habe und damit ich auch nichts, was nicht voll geschmiert werden darf, voll schmiere. Ich nehme das Goldband, weil sich das besser abziehen lässt als normales Kreppband. Damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Und schon sind wir bei den Beschichtungsarbeiten. Wir werden jetzt als erstes diese 2K-Grundierung aufbringen. Die ist ein bisschen besser wie die 1K-Grundierung, hat aber einen Nachteil. Wenn man sie vermischt, dann ist sie noch ein paar Wochen haltbar und dann ist sie kaputt. Ist meistens so, weil die zwei Komponenten ja dann chemisch miteinander reagieren und wenn Feuchtigkeit dazu kommt, dann ist es vorbei, dann geht das kaputt. Bei uns, in unserem Fall, langt diese Masse jetzt geradeaus, um diese Quadratmeterzahl zu bedienen. Da wird noch ein bisschen was übrig bleiben, aber das lohnt sich nicht, das jetzt auszumischen. Und deswegen werde ich das jetzt sofort zusammenkippen und das Ding ingrundieren. Laut Produktmerkblatt soll man das mit einem Pinsel und mit der Walze auftragen. Das kann man auch spritzen, aber mit Pinsel und Walze geht das ganz gut. Und der Vorteil ist immer, wenn noch ein bisschen Staub drauf ist und ich das schön mit Pinsel und Walze einarbeite, dann ist dieser Staub auch gebunden und ist keine Trennschicht. Das ist immer so etwas, wo man immer darauf achten sollte, dass man das nicht hat. Nur spritzen ist da immer so ein bisschen schwierig. Der Verbrauch hat so circa 200 Milliliter pro Quadratmeter, zwischen 100 und 200 Milliliter pro Quadratmeter. Nur so, dass ihr es mal wisst. Aber da steht auch alles in den Produktmerkblättern drin und in den Arbeitsverarbeitungsvorschriften. Da müsst ihr einfach mal nachlesen, was da drin steht. So, die 2K-Grundierung ist drauf und auch schon trocken. Die braucht ja ganz wenig Zeit zum Trocknen. Wenn die Sonne so draufknallt, ist das innerhalb von einer halben Stunde schon trocken. Das geht ganz schnell. Als nächster Arbeitsschritt machen wir das Encolan drauf, 1K. Das ist ein bisschen was anderes als das Encopur, aber es ist kein großer Unterschied. Eigentlich ist es fast überall gleich. Bloß wenn man das Vlies einarbeitet, dann kann man da ein bisschen mehr überarbeiten, als man beim Encopur das kann. Also ein bisschen weiter ausdehnen. Es kostet ein bisschen mehr, aber ich glaube, das lohnt sich, dass es auch besser hebt wie das andere. Das ist ein 1K-Produkt. Das wird ein bisschen aufgerührt und dann wird es aufgelegt. Mit der Walze oder mit dem Pinsel. So, als erstes lege ich die Ecken hier vor. Ich werde hier schön sauber mit dem Pinsel das reinarbeiten. Nicht mit der Walze, sondern mit dem Pinsel, dass auch wirklich das Material hier schön reinläuft. Bevor ich das Vlies dann später drüber lege. Und eins kann ich auch noch sagen, nicht sparen mit dem Material. Vom Hersteller ist eigentlich vorgeschrieben, 3 Kilo pro Quadratmeter von dem Material aufzutragen, wenn man eine vernünftige Abdeckung haben will. Aber das ist ja auch kein Balkondach, sondern nur ein GFK-Dach. Ob das so viel wirklich sein muss, weiß ich nicht. Aber dann hat man auf alle Fälle wie eine Folie drüber gezogen. In das frische Material bette ich jetzt sofort das Vlies ein. Wenn das angetrocknet ist, dann muss es natürlich nochmal überarbeitet werden. Aber für den jetzigen Zeitpunkt ist das so ausreichend. Insgesamt gibt es dann diese 3 Kilo pro Quadratmeter, wenn man das so einarbeitet mit dem Vlies. Das muss ich jetzt ringsherum überall an diesen Kanten machen. Und natürlich werde ich es auch machen. Hier werde ich nochmal was überlegen, weil es einfach ein bisschen sicherer ist. Es ist zwar alles schön abgedichtet von unten mit, ich bin mir nicht sicher, was es ist. Deswegen sage ich mal nichts. Aber es könnte sein, dass das Silikon ist, was nicht so gut ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass das trotzdem heben wird. Und deswegen lege ich das nochmal drüber. Dann ist es auf alle Fälle dicht. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Die Sonne scheint, es kann nicht besser sein. Gestern habe ich noch die ganze Fläche einmal zugelegt. Das ist wichtig, damit man eine ordentliche Schichtdicke erzielt. Und gerade in dem Vliesbereich ist es besonders wichtig, dass das auch kein Morgentau und keine Feuchtigkeit anziehen kann. Muss das schön geschlossen sein. Deswegen immer gut drauf mit dem Material. Das letzte Klebeband ist abgezogen. Alles ist trocken, alles ist fertig. Von oben wird keine Feuchtigkeit mehr da durchdrücken. Wir haben jetzt insgesamt die Fläche homogen abgedichtet. Alle kleinen Löchle, auch die, die ich eventuell nicht gesehen habe, sind jetzt dicht. Das ist ganz sicher. Wir haben auch genug Material aufgelegt. Deswegen wird da mit Sicherheit nichts passieren. Natürlich muss man aufpassen, wenn da irgendwo ein spitzer Stock oder so, wenn man irgendwo in den Wald reinfährt, was ja immer passieren kann, ein Löchle geben sollte. Das muss man natürlich auch dann wieder zumachen. Ja, ich bin für heute fertig. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und verbleibe mit euer André. Ciao, bis bald und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ciao, bis bald und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren.